Herzlich Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich heute mit dem Killer, Nathalie, Leon und Patrick. Patrick? Hallo. Ha! Ha! Pat-Ricke! Heißt er. Pat-Pat-Patricio. Peter? Oh, äh ich bin mir den Clown genommen. Hä. Hä, hast du auch, hast du Ghostface dir geholt, oder was? Na. Nathalie meine ich. Ghostface? Ne hab ich nicht. Urrrrr. Urrrr. 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 aber auch wenn man anders hinterher und ich reagiere erst mal man redet nicht so mit seinen freunden beziehungsweise mit menschen die dir gerne ein messer in den hals rampfen du redest doch nur von unserer beziehung warum hast du mich laufen lassen was war das denn? natalie bist du in meiner nähe irgendwo? alles gut ach wo bist du denn? das gleich wo du bist? Luke geh mal weg also wenn ich das jetzt sage dann wüsste er so oh no 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 oh no 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 sofort wo ich bin dann ist es der größte punkt hier auf dem Luke geh mal weg also der Keller ist gerade im Haus ja ich hab ihn gesehen und jetzt weißt du auch wo ich bin ich hab ihn auch schon gekippt hier Mist nimmst du ihn? er so ich hab ne raucherstimme er sieht aber wirklich so aus als wenn er die letzte Steuererklärung nicht gemacht hatte ja Mist na mach deinem Rotkabodeln fertig jaa 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 scheiße jaa 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 ach mann er hat so ne raucherstimme das ist echt nicht mehr geil Junge ich find seine Lache so lustig wie er einfach fast stirbt an seiner Lache den kannst du jetzt ja auch äh ich weiß ich kann ihn jetzt aussprechen ne warte warte du bist doch auch ich bin aufs Risiko gewöhnt dass mich kein Team hat er ist links und ja ich sag das jetzt auch wenn jemand nicht in meiner Nähe ist also ich spoiler mal nicht ne jetzt hast du doch gespoilert dass niemand da ist naja ich sag das jetzt auch wenn jemand nicht in meiner Nähe ist damit ihr es mal checkt ok ok aha ah da also ich seh Luke sogar oh du doch das hätte ich jetzt nicht gesagt naja doch aber er weiß ja nicht aus welcher Richtung wir sind er kommt er kommt er kommt er kommt uch da muss ich los es ist so ein Affentheater was wir machen ah hi hast du diese Rauchgranaten alter jetzt nicht hallo ich bin ein Atemtherapeut warte weg na wollt ihr eure täglichen Drogen ja아 also halt durch halt durch halt durch hein über flööte bitte 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 Ja, bei den Struggling kriege ich's irgendwie irgendwie viel besser hin. Also nochmal gesagt, er ist bei mir, ne? Also auf die Kette. Oh mein Gott. Gerade noch, Alter. Komm, 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 komm. Geh mir da hinten hin. Ach, hei. Er läuft auch immer neben mir. Ich wollte dir nur den Weg zeigen. Aufspielchen im Scheiß. Bist du schon das zweite Mal dran? Ne, ne, das erste Mal, oder? Doch, das zweite Mal, ich kämpfe heute. Hä? Ach so, ja, ach so, ja, 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 sorry. Ich hab das echt... ...später kapiert. Hey, irgendwie sehe ich den Quess, warum sehe ich den Killer? Ich auch, ich sehe ihn auch. Ich glaub, Luke hat irgendwas zu seinem... zu seinem Nachteil genommen. Leute? Verding. Rechts. Hö? Im Keller. Geplatte! Er ist im Keller. Sehen ihn, abhucken. Sehen ihn übrigens. Es ist also... kein Problem. Geplatte! Geplatte! Nein! Haltet zurück, das ist nicht so schwer. Selbst ich krieg das heute hin. Es ist einfach nur schlimm, dass Luke da jetzt die ganze Zeit steht. Das zu ihm, ich kann nicht hin. Na gut, trotzdem werde ich ja verrecken. Das war haarscharf. Das war HAARSCHARF! Das war schärfer als... ...als spanische Soße. Ja, klar! Ja, ok. Alter! Der rollt mir hier über, Junge! Was läuft falsch in deinem Zebra-Leben? Ich wollte ihn nicht. Aber auch lustig, dass wir noch nicht einen Generator gemacht haben. Ich komme ja nie zuweilen, dass er sich ja mal schlagen lässt. Hä? Da hätte ich jetzt gerne was zugesagt, aber... Ich hab... Letztes Mal hab ich immer das, äh... ...die Generator gemacht, ne? Patrick, falls du weißt, was ich sagen wollte... Ja, ich glaub so ungefähr. Na, guten Morgen, Prinzessin. Oh, ich seh ihn. Weißt du, was gemeint wäre, wenn ich ihm jetzt sagen würde, äh... ...dass ihr im Haus in der Mitte seid. Du Spacken, Alter, was soll'n' das? Oh, Mann! Was kann ich denn dafür, wenn du an diesem Altar jetzt herumlohst? Ich hab' auch grad voll Herz, Mann! Du hast voll Herz? Ich hab' voll Herz! Ja, klar, Leon. Hauptsache, du farmst Punkte, ne? Ja, immer. Geht ja gar nicht. Huch! Doch, ich bin in deiner Nähe, deswegen farm ich Punkte. Äh, Nati, was sollte das denn? Hast du geguckt, ob ich zu Hause so hat? Ja. Halt du mal die Fresse. Na, Luke, hast du mich schon gefunden? Also, ich seh' dich. Hä? Wie siehst du mich? Hä? Wir sehen dich! Hä? Ich bin in deinem Arsch! Hä? 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 Ey, jetzt will ich ne Love Story, so ein Love Bild zwischen dem, äh, äh... ...den Klauen und Meer. So wie mein Kopf einfach da drinnen steckt. So ein Glitzer-Edit mit, mit Herzchen und, äh... Wuh! Also, Luke. Hä? Weißt wahrscheinlich. Also, Luke, ich find's schon lustig, dass du mich nicht siehst. Oder so ne schöne Zeichnung, weißt du, wo der, äh, Killer auf dem Bauch liegt und der Überlebende, äh, die Alkoholflaschen aus seinem Bauch nahm ist auf. Geil, man. Nathalie. Du, weiter reparieren bitte. Ich lenke ihn ab. Ich rechte, ich rechte, ich rechte. Jetzt hat er mich, jetzt hat er mich gesehen. Jetzt hat er mich gesehen! Wo ist er denn? Jetzt wird spannter! Die nächste Runde geht rückwärts beim Läden, ich finde den, was war denn da, bei der schon wieder los! Da, 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 da! Wow! Meis, 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 Meis! Jung, jetzt hast du rechts nur noch ne Kaffee, da. Ha? Ha? Oh scheiße. Häng ihn ab, häng ihn ab. Ich hab jetzt keinen Bock für ihn alleine zu kuscheln. Och mann scheiße. Nathalie, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Okay. Ey, Hakennase. Perfekt. Geiler Buch. Willst du mal aufhören, Alter? Was ist denn falsch mit dir? Guck mal links von dir. Oh mann. Links, links. Ja, genau. Spacken, Alter. Da ist halt wirklich jemand. Nein, nicht da. Anderes legen, ist von mir aus gesehen. Leute, was macht ihr da eigentlich? Lass sie los. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh, Alter, das war jetzt wirklich die Tiere genommen, Alter. Nope. Ich wusste. Lauf. Der ist tot, ne? Das weißt du. Vielleicht findest du ja die Luke, durch Zufall. Halt ruhig, alle ruhig. Let's go, Nathalie. Let's go. Hi, ho. Let's go. Let's go. Weißt du, echt cool, wenn ich jetzt nur die Luke fange. Junge, du... Also, mit Nerven warst du's heute nicht so. Get no scope, bitch. Ach, Kacke. Oh, Mann. Jetzt ist der auch dein Finger. Wie? Ach so, er zertritt den Kopf. Länger, ne? So, ich... ...rendere jetzt die Aufnahme. So, wie der Luke sich einfach die ganze Zeit konzentriert hat und nichts gesagt hat. Bis... Dann...